Unsere alten Buchenwälder sind in Gefahr. Superhelden, die sie retten, gibt es nicht. Deshalb brauchen wir dich. Sag ja zum Nationalpark Steigerwald. Mein Name ist M. Ich komme aus dem Steigerwald zu euch. Und mit meinen 350 Jahren gehöre ich dort eher zu Kalkenholz. Wir alten Buchenwälder sind ja eigentlich der ursprüngliche deutsche Wald. Aber es sind heute noch mehr gefährdet als der tropische Regenwald. Wir säubern und kühlen die Luft auf Weibach und den Steigerwald aus. Aber diesen Worten müssen doch jetzt auch Taten folgen. Ich bitte euch, unterschreibt dort und helft, dass unser, euer Steigerwald gerettet wird und erhalten wird. Ich danke euch vielmals. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.